Die Übertragung ist futsch. Ja gut, dann kann ich ja jetzt endlich mal anfangen zu streamen, ha 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 ha, ho 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 ho, und Dortmund 420, alter Schwede, ne. Das ist der Tobi. Das Jungs jetzt auch schon, Patrick, oder? Hä, wie dreimal heute Abend? Ne, ich bin schon dabei. Ok. Ich bin halt ausrasten, weil ich dachte, jetzt wird eine Mennerkarte getrun, weil ich glaube, einer Rassen seltene. Ah, ha ha ha. Das ist das Problem. So Leute, sehr guckig, ob ich durchkomme. Ey Scheiße, das ist übelst gespannt. Aber ich verliebe wahrscheinlich eh, weil Ketti es so will, als Achter gegen den Ersten. Ja, ich probier das nicht mal, dass meine Bambusleitung das nicht besser hinbekommt. Was denn? Es ist nämlich nur phasenweise, ähm, ja. Also irgendwie fehlt es immer ein bisschen was, das kenne ich aber von mir. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt machen kann. Scheiße. Ich guck gleich noch, wie es aussieht bei mir jetzt. Ich bin auf der Ring, dann muss ich wieder auf. Und morgen Schule und so. Und für irgendwas. Was, wie, gehst du schon auf? Offline oder was? Ja, muss ich ja. Boah. Jetzt, jetzt, wo mein Stream endlich geht, graut er ab, der Junge. Also Leute, 2-2. Oh mein Gott, das wird jetzt fast. Das wird, das wird echt spannend jetzt. Nach einem Minus wird die Zeit kommen. Wie ein Spiel. Stopp. Soll ich, oder? Oh, das war ja. Oh, der Dienstleiterer ist nur leopard. Soll ich, oder? Von. Toll. Tolle Karte. Aber Ryback ist doch besser als Swagger, oder? Ich glaube schon, oder? Ähm, kann man noch mal hier unter Stereo hat. Viel Glück beim King of the Ring. Danke. Wenn wir jetzt schauen, wie denn das so gelaufen ist. Wir kriegen noch hier vorher. Ey, Scheiß, da war ich noch aufgeregt. Bitte. 4, 3, 2, 3, Spiel bitte. Hier haben wir gewonnen. Yes. So, herausfordernde Gruppe. Bitte. Dankeschön. Jetzt darf ich gegen Caminho. Yes, man. Yes, yes, yes. Patrick schreibt's auch so. Ey, ich hab dich aber noch nie, glaube ich, so gefreut, dass ich neben Hatker gekommen bin. Was schreibt Patrick? Wo schreibt Patrick, hä? Bei mir im Chat. Streamst du doch nicht? Ja, ich streame. Ja, das ist mein Hintergrund. Und die動fe sind so grell geworden auf dem normalen... Of Bostosat. Sie grell aus. Ah, ist mir auch hier. Oh, Scheiß, so Leute, jetzt loszufliegen. Erst mal ein Jet eingeben. im im ja das das die die am Ende wird oder 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 mag ja 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 mir schaut keine Saar zu ja 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 jens hörst du die anderen auch mit dem ich gerade rede über skype ja 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 ich muss ja mal gleich auf der Falle und das bitte rein schratschen ja und und kraft ja gut so pläne voll von soock richtig schön die die um ein paar Zeug hast du geschaut was hört man und ja max sagt du mal was weiter bei der patrick ist immer so leise und haben auch hier seinen Cash also für alle die Stefan noch nicht auf Twitch gelandet haben, der die ist ne, fast ich wollte das ließe Bildchen weg, ich wollte euch das mal zeigen das wird so echt gut anfangen und deine beliebtheit Gott sei Dank habe ich das nur bei Skype ha 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 das geht ganz schnell Aaaaah ich mein schon, er ist ein Zirad, ich geh mal laut, das Privatjet ich hab keine Punkte mehr, man das ja das nicht werden die 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 der fünf zuschauer abgast leute leute das kann aber wie auch so eine sein ja du kannst nachtrufen da ist ja diese drei striche mit den drei punkten bei mir ist nur einer drin stimmt ja bei mir sind zwei bei mir ist denn es und toby ist da servis toby schöne grüße an nach regensburg und da wo die nachricht eingibt darunter sind zwei symbole einmal einstellung und daneben drei punkte und drei striche nein es ist kein platz in unserem team jens also ich glaube das kann ich nochmal als captain sagen nein wir haben keinen Platz für die interessanten unsere Wartelbiste das dürfte ein bisschen dauern bitte toby ja also da da wird auch erstmal nix frei werden so ein gutes team super danke toby das hier wir seront jetzt jetzt wer ist da hier ist es also ich glaube wir lassen das dann auch mit dem skype das nächste mal weil bei mir leckt auch ein sind ja ja bei mir leckt auch gerade um hier also ach so aber die kämpfe so ganz langsam das layout macht dann wird das alles noch ein bisschen Tobi da hast du recht leider muss ich mich ja ich sag's nicht ne passt schon ja ich sag ich lese vor aber reicht ja wenn ich den immer bei fifa höre jens ich schau gleich reicht schon nicht immer bei fifa höre ok ich muss das mal treffen ja gut ne das ist die was heißt wieso machst du so so komische Zeiten ja keine Ahnung das war nicht so komisch wenn die Pissa hier hessens abdächtig am Tag so achso ja gut naja das ist klar ja aber scheiße ich habe die Piniya das ist das durch die letzte im lieber liste da oooooooooooo so Leute und ich gebe den Stream ja ich habe mir noch ein bisschen zu also ich habe alles ne gleich direkt und ja und so dann Servus Max Was hat er jetzt geschlossen? Wartet mal kurz Na gut, dann machen wir jetzt mal wieder alles selber So, Update zum Spiel von Dortmund Dortmund führt immer noch 2 zu 0 Ach, die PCC läuft scheiße Oh, Undertaker Profi Shawn Michaels, schön Schön, schön Den Ambrose Achso, wenn Oh, hier Slater Nice Ist nicht schlecht, Jens Ich glaube wir lassen es sein Patrick mit Skype Weil so läuft es flüssiger Supercard glaube ich Warte mal, ich probiere es nochmal Aber ich glaube das läuft dann flüssiger Was jetzt? Achso Alles klar Max AJ Styles Ja, von Wing Domination Mein Lieber Uh, der Arsch Ne, wir lassen Skype Ähm, Patrick Weil es geht besser Nein, hab keinen Song Request an Muss mich da erstmal rein Muss mich da erstmal reinfuchsen Wie das funktionieren soll Äh, das kommt der Arsch Boah Ja, die Die, die, die Äh, ich weiß jetzt nicht ob du das warst Oder der Patrick Ähm, das mit der Ähm, warum Warum, äh, in der Felddienstarena Äh, Pommes in Scharen gibt Den weiß ich noch Oder warum ein Vor was haben die meisten Frauen Angst Vor welches Tier Das weiß ich auch noch Äh Gut, das Ja genau Äh, ach schmal Wo geh ich denn hin? Warte jetzt mal Warte jetzt mal Ich will ja nochmal schnell Auf die Nähe aus Zerringen Hm, oh Hm, oh Ach das mit der Pommes warst du okay Ja, sei froh Ich war heute früh Zehntausendster Nach zwei Stunden zocken Dann eine Stunde nicht zocken Bin ich sofort auf 28.000 zurückgefallen Da dachte ich mir Wow Vorgekämpft wieder auf 20.000 Und dann Zwei Stunden später 38.000 Also Wir haben noch einen Schuss So, der ist fertig, oder? Ja Ja, voilà Ähm Ja, mach mal Mach mal den nächsten Zock Den nächsten Rocky So, da muss Ja, da muss noch alles gemacht werden Ei, 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 ei Wiebeck Hä? Wo kriegst du hier Wiebeck, Tobi? Mit Ambros? Echt? Meinst du, dass du Ambros schaffst? Also ich, ich schaff's nicht Aber Wiebeck? Wo ist denn hier Wiebeck? Hm Ähm Meinst du heute, oder Supercard allgemein? Ich mach jetzt mal das Da hin, so Achso, Tobi, alles klar Ach, ich hab jetzt erst angefangen Vor Na Dreiviertelstunde, weil Irgendwie mein Stream Ging nicht Keine Ahnung warum Von wo kommst du denn her, Chefy? Oh, der hat die gleichen Karten Habe ich glaub ich gewinnen Ich glaub ich gewinnen Scheiße Ja, von wo aus Bayern? Eigentlich war mein Ziel die In Ambros, aber da ich dann heute Äh, so krass nach unten gerutscht bin Von 10.000 auf 28.000 Äh, in einer Stunde Und dann Wieder hochgekämpft habe auf 20.000 Und dann nach 2 Stunden Wieder 10.000, also auf 38.000 So zurückgekommen bin Also zurückgerutscht bin Drum, glaub ich, schaff ich das nicht Weil Mit Arbeit und so Werde ich das nicht packen Ja, genau Jens Meinst du das 2.000 reichen? Ok Ok, Ja, ich glaub nämlich auch, dass man mehr braucht als 2.000 Ja, ich glaub nämlich auch, dass man mehr braucht als 2.000 Ja, aber wir sind ja auch erst am Anfang, das geht ja noch 2, äh, 3 Tage Warten auf Netzwerk Oh, fast das 3-0 für Dortmund Ja, ich hab einen YouTube-Kanal, da warst du doch schon mal drauf, oder? So kann ich da jetzt nicht Hm Hm So kann ich da jetzt nicht Patrick hat's schon geschrieben Genau, ohne, ohne 88 Und ich bin da noch nicht rechts Hm Patrick hat's schon geschrieben Ah, verkehrt ich die Will er neben so hin, scheiße Tobi, wie weit bist du Bei PCC? Äh, warte zum kurz Äh, warte zum kurz Okay Ah, komm, vor allem mal die 10er So, Halbzeit, ich glaub 2-0 Führt Dortmund Hm Ja, klar, aber Hast trotzdem mehr als ich Hm Aber ich hatte heute auch keine Zeit mehr Nachmittags und Mittags, äh Heute hatte ich zu einen stressigen Tag, obwohl ich frei hatte zum Kotzen Ähm, ich gucke ein Perkix Ähm, ich gucke ein Perkix Ähm, ich gucke ein Perkix Schaue ich, ähm Wer gibt's noch? Ja, eigentlich Ja, Perkix schaue ich, ChristTV schaue ich gerne, der ist lustig, der Junge Ähm, ja, eigentlich gibt's nur die zwei, die ich schaue Also, Edojopper mag ich nicht Ah, ja, klar, Max, Max Play for Life schaue ich noch Stimmt, so, so, sorry Ja, eigentlich nur die drei Okay Patrick kann man jetzt nicht, also Kart kann man jetzt nicht dazu zählen, hat er erst ein Video jetzt draußen Icy War, wer ist denn das? Wem guckst du so, Jens? Ah, ja, ich... Ne Also, ne Ähm, Mr. Angezog kannst du anschauen, also würde ich anschauen, wenn ich, ähm, im Bett liegen würde und Ja, und was zum Einschlafen braucht, dann würde ich Mr. Angezogt schauen, aber Ne, danke Genau, Speedzucker, ja, ne, dafür machen wir jetzt keine Werbung bitte, gell, also das ist ja peinlich Mh, 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 mh Ne, Minecraft spiele ich nicht. Das ist sowas langweiliges. Und das machen so viele. Das ist genauso wie mit FIFA. Das schaut bei mir keine Sau an. Kannst du bei Max machen, die Werbung? Oh ja, hau mal einen raus, Jens. Hau mal einen kleinen Witz raus. Oh, LJ-Style. Oh, jetzt die Karte ist schon richtig geil. Muss ich schon sagen. Ein Döner-Spieß, oder? Was fängt mit Z an und hört mit N auf und kann schwimmen? Äh, zwei Enden. Der ist böse. Oh, Patrick. Komm, Tobi, hau du mal einen Witz raus. Hm. Das ist ja auch nur ein Witz. Oh Mann ey, was ist denn dein Ding? Po-Club ist nicht dein Ding. Witze ist nicht dein Ding. Superkarts ist nicht dein Ding. Vielleicht Gymnastik im Bett? Aber warum hat dort nun kein Spieler mehr? Keine Ahnung. Po-Club war auch ein Spaß. Der ist geil jetzt. Der ist geil. Der wollte ich nicht mehr merken. Wo ist dein Türke unter der Ampel? Keine Ahnung. Türkeische Disco. Oh, jetzt zieht man glaube ich die Tore. Obermeyang, okay. Oh, gut. Hab nur eins gesehen. Okay. Lalalalala. Warum hat dort nun keine Spieler mehr? Ja, wenn du siegst, ich gucke es in Apkowin. Das ist das. Das ist das. Das war's für heute. Hm. Keine Ahnung, Patrick. Wie findet ihr eigentlich meine Blümchen da hinten? Dafür wurde ich ja schon einmal gehatet, was ich für süße Blümchen habe. Und wurde dann als Loser bezeichnet, da ich eine Tochter habe, die Blumen bastelt. Mein Gott. Jetzt lassen wir's für euch mit den Türken witzen, oder? Ja, da hast du mich zum Lachen gebracht, Jens. Das ist richtig. Ne, ist schick, ne? Ist geil, oder? Ist geil. Aber ich müsste doch jetzt irgendwann auch mal meinen Survivor-Pick von Bord ziehen, ey. Ja, was ist denn los? Der letzte, letzte legendäre Pick war? War das beim letzten Stream? Keine Ahnung, Tobi und keine Ahnung, Patrick. Ah, der ist auch nicht schlecht. Ja, den kenne ich auch, den Kalos. Da kenne ich auch mal was, ja. Ach, bin ich doof. Jetzt hab ich gedacht, der EdgeSize hat nur 1100. Alles klar, Patrick. Das Update brauchen wir nicht. Ah, weh, ich will jetzt. Ne, gut. Oh, da hat mich jemand gefollowed, aber ich weiß nicht, wer. Da müssen wir mal schnell auf die E-Mail-Liste schauen. Der Dennis, hey. Wenn du das also siehst, danke dir, Dennis. Ach, Jungs, schaut's auch das Fußballspiel an? Also, nebenbei. Und das ist auch das Nevada. Und, tatsächlich. Herr definitely. Und, tatsächlich. Das ist auch daswards. Oh, Tobi, danke für dein Follow. Wir Bayern müssen uns ja zusammen unterstützen, Tobi. Ist ja ganz, ganz klar. Ah, scheiße. Und schaut's ihr, das Fußballspiel auch an. Boah, gewinnt ihr wieder Kruzifix. Dann hast du ein Tagesziel erreicht, oder was? Ja, aber für unser Deutschland ist es schon gut, dass Dortmund eventuell weiterkommt. Ähm, also West-O-Mailia ist fertig. Äh, ne, Survivor. Stopp. Ist ja jetzt schämpft, wieso kommt der eigentlich nicht? Naja. Wie viele Punkte hast du dann? Wodka. Müsst du mal die Diva wechseln in unserem Team? Timitri. Okay. Was ist los mit dem Jens? Ist er nicht mehr da? Nee. Okay. Nur noch Tobi und der Card. Baddel. 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 Oh, wieso ist das? Äh. Wie der lernt, was lernt der? Baddel. 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 Oh, jetzt habe ich das nicht mitbekommen, falls jemand was geschrieben hat. Also ich habe jetzt nur noch das gelesen, was Tobi geschrieben hat, er lernt mehr davon habe ich jetzt nicht gelesen, weil irgendwie gerade ich auf Refresh gekommen bin. So, zweite Halbzeit geht weiter bei Dortmund. AJ Styles. AJ Styles. Ah, hättet ihr das gedacht, dass Chris Jericho bei Wessermaner gewinnt gegen AJ Styles? Jo, frage mich, was du willst. Servus Mundi, alles klar. Und Vapal Wand, kannst du mich fragen, was du willst? Und nein, ich bin nicht rechts, falls jetzt die Frage kommt. Ja, aber ich hatte mit den Tipp richtig, das Chris Jericho gewinnt gegen AJ Styles. Ich arbeite in der Gastronomie. Toll, Liverpool. Oh, Richie, oder was? Oh ja, der Belgier. Belgien ist ja auch mein Geheimtyp für die Europameisterschaft. Richtig, richtig geile Spieler. Da bin ich ja mal gespannt, ey. Ja, professioneller Bruchlaufspieler. Ja, Wappelwand, was würdest du mich fragen? Ach, Wapsiwand, oh, Entschuldigung. Gleich? Ich spiele gleich weiter? Mein Gott, spielen sie es nicht ordentlich aus, die Idioten. Ja, äh, die Verbesserungen reinhauen, hier die ganzen, ähm, Kraft, Härte, dann müsstest du, oder Verbesserungen, ja genau, Verbesserungen. Genau, die Verbesserungen reinhauen, dann müsstest du eigentlich, äh, ja, ich hab hier kein Toller, ich hab nur den Sound aus, ich guck halt ab und zu mal hin, weißt du, Jens? Was für, was, was, was für Gehalt? Bitte? Für, was, für ProClub oder für hier, dass, äh, äh, meine Tipps, äh, schon vorher hinschreibst. Ja, äh, da müssen wir hier aber ordentlich zocken, ne, damit wir auch bei den Turnieren mitmachen, da gibt's dann ordentlich, äh, Cash. Weil ich 88 geboren bin. Und wieso 87? Äh, 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 Tobi. Einmalen. Ach, Jolens. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Unwappsivant hast du es probiert mit den Verbesserungen. Mein Gott, ey. Gehe wieder die letzte Karte hier. Ähm, Tobi, was schreibst du? Nix. Der Tobi, Tobi. Der Tobi, Tobi, Tobi. Hä, wieso? Ich schreib Christv und er schreibt weitere? Willst du mich verarschen? Achso. Alles klar. Also so wird der Christv geschrieben. Ähm, ist kein Problem, Wappsivant. Du musst Verbesserungen. Nico, danke für dein Follow. Ähm, du musst, äh, Verbesserungen reinhauen in deine Karten. Dann müsstest du auf Episch, Episch sein. Oder was warst du grad? Ultraseiten, ne? Also dann müsstest du eigentlich Episch sein. Das kommt halt drauf an, wie weit du von den Balken da weg bist. Ne? Kein Problem, Jens. Passiert denen mal. Ich schreib auch weitere als Christv. Und Nico, nochmal danke für dein Follow. Und ich sag noch, AJ Styles. Ja, ist ja gut, Patrick, dass du noch 1000 Punkte machst. Mein Gott. Ich mach noch die 200 voll. Yay. Es ist netzlos für den Düben. Weißbot ist he. Mobot ist, ah. Ne, Weißbot hab ich nicht mehr. Ich hab nur noch ein Mobot. So, jetzt kommt Survivor. Jetzt passt auf. Ich bräuchte eigentlich, ich müsste jetzt irgendwann mal mein Survivor-Pigmer ziehen, ne? Das wird jetzt der Moment. Ne, hab keinen Bock mehr. Ich geh jetzt zu Hause. Mann, ey, wann zieh ich denn meine Scheiß? Survivor-Pigmer-Karte da. Mann, 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 Mann. Schauen wir erstmal mal. Leider bei der Lung. Boah, noch. 534 Spiele noch. Boah. Boah. Hä? Ja, Woman Reigns gibt's auch, Nico. Wenn du fragst, ob er als WrestleMania-Karte ihn gibt, dann... Es gibt ihn. Das war der, oder? Ja. Ne, aber unser Team, also einer aus unserem Team hat den sogar geproatet. 3 zu 1. Marco Reus hat's, glaube ich, gemacht. Teil Liverpool. Was? 4 zu 1? Oh, Klopp regt sich auf. Du Wichser. Boah, ich mag ja den Klopp überhaupt nicht. Gott sei Dank ist der nicht zu... Mein Gott, was ist da los? Gott sei Dank ist der nicht zu Bayern gewechselt. Schönes Tor. Jo. Hast du's jetzt versucht? Wab's die Wand. Oh, ich glaube, ich bin mal kurz raus. Wab's. Ja. Oh. Ah gut, das können die Dieben gewesen sein. Er ist Multitasking fähig, Tobi. James Möhner. Servus, Tunur. Ne, das glaube ich auch nicht, Jens. Ich könnte sogar sagen, dass Dortmund es schafft, den Europa League zu gewinnen. Weil wer ist da noch drin? Ich weiß gar nicht, wie die anderen Ergebnisse gerade sind. Aber Sevilla, Villarreal, glaube ich. Liverpool, finde ich, ist noch einer der stärksten. Und dann halt noch Sevilla. Aber da finde ich Liverpool noch stärker als Sevilla. Wie fandet ihr jetzt? Letzte Wesselmania 32, haut mal raus hier in die Kommentare. Aber ich muss auch gestehen, ich habe die letzten zwei War-Ausgaben überhaupt nicht geguckt. Es ist keine Zeit. Und zweitens... Also ihr könnt euch auch gerne erzählen, was da passiert ist. Ja... Es gab bessere Wesselmanias. Also... Viel bessere, ne? Also... Ach, du fandst den Scheiße. Okay. Also Scheiße fand ich ihn nicht. Ich fand... Ich fand... Oh, jetzt wird es fast runterfahren. Ich fand ihn mittelmäßig. Na ja, zum Beispiel mit Sevilla, da hätte ich mir gedacht, dass da was aufgebaut wird. Aber ich hoffe jetzt nicht, dass er gegen Bray Wyatt dann bei Wesselmania 33 kämpft. Außer es wurde jetzt bei War was gebracht. Das weiß ich natürlich nicht. Und ich finde es auch scheiße. Cena hätte einfach beim Undertaker-Match eingreifen sollen. Und das wäre so eine geile Feder gewesen. Geworden. Schön zum Summerslam dann. Oh, das wäre so geil gewesen. Aber nein. Muss er zu The Walk rauskommen. Wo ich das... Wo ich... Die At-Wans-Musik von schon Cena gehört habe, dachte ich mir... Ach, du Scheiße. Das kann echt nicht wahr sein. Ja, das Team-Match hat mir auch nicht gefallen. Also wieder... Ach, nee. Also... Ja, und... Mit Roman Reigns, das fand ich eigentlich... War zwar ein gutes Match, aber... Es war voraussehbar, wer gewinnt. Also... Verstehe ich nicht, dass sie da nichts machen. Die wissen doch alle... Wir wissen doch, wer da gewonnen hat. Also, im Vorfeld schon. Warum sie da nicht einen Schocker reinbringen, dass... Was ist ich? Irgendwas passiert oder keine Ahnung? Ah, gar nichts. 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 Das Light Damage war gut, aber es gab, wie gesagt, auch schon bessere Light Damages, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es alles gab, das Match von The New Day gegen, ähm, League of Nations war auch ein Schmarrn, das Geilste war nur danach, äh, HPK, Mick Foley und Stone Cold, das war das Geilste daran, und dann, äh, Battle Royale, ja, weiß ich nicht, also, eigentlich waren es da, was ich weiß, Chris Jericho, AJ Sides, war auch nicht schlecht, aber, Was ist los, schreibt sie nichts mehr, oder was? Entweder hängt mein Chat gerade, oder, ihr wollt sich nichts verschreiben, Hm, Patrick, wenn du gerade schreibst, oder Tobi, ich kann gerade den Chat nicht lesen, keine Ahnung, oder ich schreib wirklich gerade nichts, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Patrick, hast du nochmal irgendwas anderes geschrieben, nachdem du geschrieben hast, das Steven Match war scheiße? Coutinho, danke Jens für deinen Bericht. Ja, das wird doch noch spannender. Aber ich muss schon sagen, das ist ein geiles Spiel, auch das Hinspiel war schon geil, Dortmund gegen Liverpool. Eieieieiei, oh Tobi, scheiße. Okay, jetzt ist nur noch der Endster, warum? Aha, der Chat hängt, okay. Hm, das ist doch eine Scheiße heute schon wieder. Das ist schön, dass du Züge magst, Patrick. Gut schon. ... Wo? ... ... ... ... Boah. Scheiße. Hä? Was wurdest du erwischt, Patrick? Es kommt immer darauf an. Also, ähm, ich zocke lieber Fifa, als, äh, BW Supercard zu spielen. Ähm, es kommt immer darauf an, wenn ich nächsten Tag frei habe, dann streame ich schon eigentlich gerne. Aber es kommt auch immer darauf an, ob meine Kinder das zulassen. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel mein Sohn immer weint, habe ich auch keinen Bock immer aufzustehen und hinzurennen und eben wieder schlafen zu legen. Und weil das öfters passiert, als im Stream ist, ist das natürlich scheiße. Ah, nein, nein, ich finde sie schon heraus. Ja, servus, Quest TV. Ich hoffe, du bist der richtige Quest TV. Da sage ich doch mal... Wie viele Punkte hast du denn jetzt schon, Patrick? Ohhhh 2-3 Nein, nein, nein Ah ja, 50 Punkte noch, ok Danke für den Follower, Quarist TV Oder, cool, ja Ja, ich hab auch keinen Bock mit PCC, ey, Mann Oh, was ist da passiert bei Dortmund? Nix Ah, Jungs, Jungs, Jungs Ja, verpasste nix Musste ewig zocken für die PCC, ist doch so ein Bullshit Liverpool macht Druck Oh, 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 oh Wartet kurz Ecke Ecke, Ecke, Ecke Ah, Quarist TV, Quarist TV, erstmal Glückwunsch, Geld zu deinen 1000 Abonnenten Das ist halt der Wahnsinn, ey Zwei Monate hast du dafür gebraucht, oder? Wahnsinn, ich bin bei 110 Jo, Quarist TV, danke dir auch Und danke für dein Follower Und denk dran Da hast du recht, Jens Jo, mach ich, Quarist TV Boah, 1500 Grad zur Leistung Aber machst du auch gute Videos Gefallen mir auf jeden Fall Daumen nach oben Sehr gut, Patrick Ciao, Quarist TV Ciao, Quarist TV Ciao, Quarist TV Freistoß Wahnsinn Er würde gerne streamen, aber er hat eine Bambusleitung So wie ich gerade mit meinem Netzwerk Das ist richtig, Patrick Wir haben jetzt einen zweiten Der gute Witze kann Oh, mein Fäller Da hast du recht Da hast du recht Okay Okay Ich bin gerade 28 38.000 Keine Ahnung Au Das Kabel ist nervt, ey Das Kabel ist nervt, ey Hä? Echt jetzt? Na, verarsch mich, Jens, oder? 32.447 YSD YSD Was ist ein MRA-Stream? Was ist ein MRA-Stream? Achso 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 Ach, wenn jetzt Mr. Angezockt gestreamt hätte, wäre der Jens nicht bei mir Alles klar Tsssss Sacko hat's getroffen, okay Ach so, hast du eben mal gesagt, dass ich stream oder was? Bei Mr. Angezockt im Stream oder was? Also echt geil, spielte wieder mal Liverpool gegen Dortmund. Kann mich ja gar nicht mal hier konzentrieren. Okay. Alles klar. Und dann kam er rüber, oder was? Also wenn du mich nicht permanent anrufst oder so, dann kannst du es gern machen. So. Okay. So. Okay. Patrick, kannst du ihm eine private Nachricht schicken, weil du weißt ja noch meinen Namen von Skype. Hallo, gehst du mal runter? Da gibts richtig kaum, ey, du. Oh, jetzt können backt alles. AJ Styles. zu spät, jetzt habe ich schon meinen Mitarbeiter beauftragt, dir die Kontaktdaten zu geben, also den, wie heißt denn das jetzt, Account-Namen, also Skype-Namen. Oh Gott, das Team ist voll und es ist gut, das war jetzt das 3-3, oder? Krass, ohne Gehalt, natürlich, kannst ja mal vorbeikommen, dann kriegst du ein paar Schläge, aber ansonsten, Patrick. Okay. Okay. Ach, ich hatte Englisch, ey. Ich verstehe es zwar, aber es wiederzugeben ist echt schwierig. Manchmal fallen mir da echt die dummsten, dümmsten Wörter nicht ein, Mann. Aber da müsste ja die jüngere Generation es ja besser drauf haben als ich. In meinem Alter, da ist Hopf und Malz schon verloren. Ich habe meistens bei Englisch immer geschlafen, wisst ihr? Unser Lehrerin hat immer so geguckt, da weißt du nie, hat sie mich jetzt angeguckt oder mit mir gesprochen? Ich weiß es nicht. Ja. Oh scheiße, da sieht ihr ja mein Bild, ach du Scheiße. Ei, Caramba. Oh. Boah, 30.000 Style. Boah, ich habe 18.000 Plätze jetzt schon gut gemacht. Krass. In wie vielen Stunden? Fast in zwei Stunden. Wie soll ich Mucke machen? Ich habe Sonnenrequest aus. So, ja, ich muss das noch gucken mit Sonnenrequest. Ob das funktioniert, wie das funktioniert, keine Ahnung. Wäre schon cool, so einen Hintergrund, eine schöne Mucke zu haben. So, Helene Fischer. Oder, keine Ahnung, ne? Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Hä? Was geht denn jetzt ab? Jetzt kommt der... Auf Weisbot habe ich doch noch. Ist geil, gell? Ist geil, ist geil. Ja, es ist schon sehr lange her. Es war so vor vier... Nee, ich könnte noch... Na, es könnte so fünf Jahre sein jetzt, ja. Es war am 31. Oktober, glaube ich. Genau. Aber wieso wird denn der Weisbot nicht angezeigt beim Moderator? Hä? Ach, jetzt ist der... Jetzt ist er angezeigt, der Weisbot. Warum? Nee, ich habe kein Mobot mehr. Oh Gott, was habe ich denn jetzt? Habe ich ein Mobot oder ein Weisbot nicht mehr? YSD Streams, thanks for your follow. Aber Mobot habe ich da auch. Mobot wollte ich eigentlich behalten, wegen Song-Request. Würde ich nie machen. Hey, aber Helene ist cool mit dem Song, äh, atemlos. Ansonsten ist es scheiße, aber es sieht geil aus. Also, geil sieht es aus. Aber, nur atemlos. Mehr nicht. Nein. Nicht schon wieder eine Runde ausgeben. Ich muss immer eine Runde ausgeben hier. Das kann ja nicht wahr sein. Ja gut, dann holt euch alle eine Milch und dann trinkt mal eine Runde Karma zusammen. Nee. Wie bei Po-Claps habe ich auch nur atemlos. Atemlos durch die Nacht. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Tadadadadadada. Tadadadadada. Tadadadada. Hä? Was für Gehalt? Es gibt für keinen Gehalt hier. Ich muss heute noch ein Video machen über meine Sammelkarten. Das mache ich am Wochenmittag. Auch in der engen Hose dann, oder was, wie Jens? Ja, Wolfgang Petri ist auch cool, Wolfgang Petri ist geil. Den höre ich gerne. Machste 10 Euro draus, dann mache ich es. Tanz und sing, atemlos. Oh Scheiße. Wieso hat der Charisma so viel? Das ist doch ein Witz. Genau, weiß der Geier oder weiß er nicht. Ganz egal, ich liebe euch. Scheiße, die ist braun. Deine Scheiße ist braun, ey. Bis zum nächsten Mal. Ich würde jetzt mal aus dem Geschwisterleutigen. Das ist wirklich ein Witz. Ich würde jetzt einfach sch Damatchen für dich. Ich würde gerne mal über die Stimme nehmen. So, ah, jetzt muss ich mal kurz, Gorgeous, danke für den Follow, was, boah, das ist doch nicht scheißes Braun, hä, ja, gegen den guten E-Bang gewonnen, sehr schön, ich mache mich fürs Tanzen, boah, genau, oh, gegen die Kelly, boah, vier Zweiterplätze, okay, ah, soll ich da auf, ach, 25, komm, da, hau mal's raus, wir haben's raus, halt, da wir die Energie heute haben, hau mal's raus, ach, 4-3, krass, wahnsinn, tja, dann heißt es wohl, welcher Verein aus Deutschland ist wieder mal der Beste, welcher steht allein im Halbfinale? Scheiße, die ist braun, das kenne ich ja gar nicht, das Lied. Servus, Gorgeous, und danke für den Follow. Nein, warum ich aufgestanden bin, äh, aus diesem Grund, ah, das muss ich, ja, das muss ich halt noch, muss ich halt nur noch machen, äh, oder ich mache es morgen Mittag, muss ich noch mal schauen, 10 Booster. Und dann muss ich noch, Patrick, ja, ich hole die gelben Säcke gleich ab, klein, sind da noch, äh, gleich eine Minute zu spielen, dann hole ich die gelben Säcke ab. Hier, da habe ich hier noch die Slammatex, richtig, also ich muss schon sagen, es macht echt viel Laune, sowas zu sammeln, also richtig geil. Und ich bin gespannt ab dem 1. Mai, wenn es die dann wirklich mal gibt, weil, bei Ebay, pff, gibt's ja gar nichts. Und dann habe ich hier noch, mhm, Matchatex, mache ich dann auch mal 5 Boosterchen wieder auf, auch richtig cool, also, macht mir echt Spaß, Patrick, muss ich dir mal sagen. Viele Supercard-Folgen aufnehmen, mache ich doch gerade, pff. Oh, Freistoß. Echt? Was hast du gesammelt, Jens? Das ist die letzte Chance hier in Dortmund. Jetzt, jetzt wird's spannend. Oh, aber schon knapp von Genova. Okay, ja, wenn du Lust hast, ähm, Steffos, Sammelkarten und Sticker, so heißt der Channel, der Neue von mir. Äh, genau, wenn du Lust hast, kannst du abonnieren und ich habe jetzt drei Videos draußen. Boah, hab ich drei, ich glaube, ich habe drei Videos draußen. Und, genau, bis Dienstag habe ich jetzt schon mal vorproduziert. Genau. Und hier habe ich jetzt schon wieder mehrere Booster liegen, die ich unboxen will. Also, wer ist dann für zwei Wochen dann auch schon wieder erledigt. Spiel ist aus, Liverpool ist weiter. Wir fahren die gelben Säcke abholen. Wir fahren die gelben Säcke abholen. Wir fahren die gelben Säcke abholen. Da, 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 hängt der Chat wieder oder was ist da los? Was ist da los? Uh, ich schreibe mal an Patrick schnell, ob da hängt. Da, 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 da. Tja, krass, hätte ich nicht gedacht ey, boah. Scheiß Klopp. Also, falls ihr was geschrieben habt zu Jungs, äh, ich konnte nicht lesen. Das letzte was ich lesen konnte war von Jens, Match-Attacks. Ähm, Patrick, wieso hast du jetzt einen Timeout bekommen? Was für ein unautorisierter Link. Also Jens, ne, äh, nochmal für dich. Steffos, Sammelkarten und Sticker. Genau. Aber alles auseinander geschrieben. Also Steffos mit S dann noch hinten dran. Und wenn du da Lust hast, dann kannst du da mal vorbeischauen. Wenn dich sowas noch interessiert. Ich weiß es ja nicht. Ja, warum hattest du einen Timeout, was hast du gepostet für Link? Ja, aber ich glaube, ich habe, äh, Links, äh, zu posten. Das ist, glaube ich, verboten bei mir. Oh Mann, ey, ich verliere nur noch, oder? Ach so. Ja, brauchst du einfach nur so einen, hat er danach gefragt? Nein, Lichtrucker. Ach so. 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 Hat er was gefragt, äh, Patrick? Oder warum hast du einen zweiten Kanal? Wolltest du da einfügen? Deckt und Kraft. Ach so. Werbung. Ist der Jens überhaupt noch da? Weil der schreibt gar nichts mehr. O Campaign. um ab um 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 ja ich werde jetzt auch nicht mehr so lang machen wie gesagt ich mache dann noch hier die drei um um unboxings wie david lebt ja auch noch wie meinst du das was was wieso schreibt er denn hä der witz was was macht er denn in 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 oh kartenlimit 29.000 oh danke dir jens ja die die ersten videos sind noch schlecht finde ich erst ab dem fünften video wird es besser weil da habe ich eine einstellung gefunden bei meiner kamera dass man das dass der automatisch oder dass der besser äh äh fokus macht also den fokus den autofokus weil vorher war es ja schon ein bisschen verschwommen aber jetzt jetzt läuft es jetzt habe ich es herausgefunden bis bald jens gute nächtle aber du bist ja kein mod ich habe die auch noch nicht reingemacht das ist das fertig immer noch nicht mein gott aber noch eine seltene ähm besonders selten achso ähm das weiß ich nicht ähm jetzt schauen wir mal wie viele punkte ach komm jetzt 250 machen wir noch oder normal ja normal könnte ich es ja eigentlich auch unter der woche streamen ne supercard dann geht es halt nur bis um 10 oder so wenn ich arbeiten müsste wieso wo bist du das war das ja auch nicht dabei ist ja in norwegen ne nein boah 18 18 punkte verliere ich das match ja ja der drüberbeut ja genau ja vielleicht in norwegen wieso kannst du jetzt morgen und übermorgen nicht ja ey gewinne ich jetzt hier noch eins also alles klar äh 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 warum gewinn ich denn nix mehr äh 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 So, das Spiel gewinnen wir jetzt mal, ne? Oh, perfektes Spiel. So, das Spiel, das Spiel, das Spiel. Ist er jetzt alles suchtig? Alles klar, wir gewinnen immer wieder zwei Spiele hintereinander, ach du scheiße, Andi Möller ist da, weil ich baut da jetzt einen Lack nicht, doch am Arsch, Servus Max, schönen Abend, viel Glück beim King of the Ring, Servus, Grazie. Alles klar, Patrick. Oh, Patrick, wo bist du jetzt hin? Schreibt er wieder da und dann ist er noch nicht da. AJ ist da jetzt. Alles klar, Patrick, hau rein, ciao. Ich mach auch nur noch bis 250 Punkte, dann bin ich auch voraus. Servus Lifeform Killer. Ja. 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 Ah, fällt spät. Was ist viel spät? Achso, fällt nach 11. Äh, J-Styles. Oh, jetzt haben wir keine Zuschauer mehr. Jetzt richte ich mich nur noch nach euch. Was ist Schlefo Army? Jetzt haben wir noch wieder einen Zuschauer. Ach, Jens. Ich dachte, du bist schon weg. So, mal wieder nichts erreicht. Jetzt schauen wir noch mal schnell. Wie weite ich jetzt bin bei der Level-Lolo? Bin ich jetzt schon? Oh, noch 507 Spiele. Oh, armer Jens. Ja, ich mach jetzt auch den Stream aus. Ich bin fertig für heute. Wo geht's noch ein bisschen Fußball. Und dann muss ich auch ins Bettchen. Ich glaub, die Unboxings mach ich doch erst morgen Mittag. Ja. Ja. Dann verabschiede ich mich und sage Servus. Bis zum nächsten Mal. Euer Staffo. Ja. 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 Ja.